Moin Moin, willkommen zurück. Seid ihr bereit diesen Safe hier zu knacken? Diesen Würfel Safe? Das machen wir jetzt bei Psychonauts 2. Wir haben nämlich jetzt alle drei Gazillion Münzen bekommen. Das heißt wir können in den High Roller Club. Da gehen wir jetzt rein. Entschuldigung, die High Roller Club nur ... Die Zwiebel Gazillionaire, natürlich. Ich würde nicht mehr wissen, die Klobe weniger. Jetzt lass mich rein, bevor ich meine Anwärmung habe. Na dann, bitte kommen Sie rein, Herr. Wenn Sie bereit sind, um die Reise zu nehmen. Okay. Das ist das Ding, was die Viecher, äh, unsere Klassenkameraden geklaut hat, oder? Ja. Weil die mögen ja keine Psychonauten drin im Casino, das wissen wir ja schon. Das wird wohl die Reaktion darauf sein. Wer kenne eine schlechte Idee? Ich bin der Schmerz der Schmerzen, der spirit von unbeamten Optimismus. Ich bin der ultimatorin Wichter der Hoffnung über Mathematik. Ich bin die Lady Luctopus. Aber du kannst mich Lucky nennen. Alle Karten in der Hand. Du bist meine eigene Kreation. Ich bedenke mich, dass du zuhörst. Das ist so viel cooler, was Sascha sagt. Es ist Zeit, zu sehen, was die Karten in der Hand haben. Oh oh. Aber nicht mehr so, ich bin ein fairer Verkauf. Oh oh. Aber ich würde gerne ein paar Jokers auf meinen Schlafen halten. Kannst du glauben, dass wir in den Karten getroffen sind? Das ist okay. Wir können nicht in unseren Schmerzen. Wir können nicht in ihren Schmerzen. Wir können nicht in ihren Schmerzen. Nein, wir können nicht in uns sterben, Mann. Du wißt, was passiert, wenn du in jemandem wirst, wirst du in jemandem wirst, wirst du in deinem wirst. Wenn du in deinem wirst du in deinem wirst, wirst du wirst du wirst du wirst. Wollen wir mal sehen. Aber ich würde nicht beten. Ich könnte nur in meinem Jokers. Aber ich denke, ich würde dich einfach schlagen, wie der Rest. Oh, das ist nicht gut. Aber wenn du gerne Bomben möchtest. Wir müssen überlegen, was wir hier machen können. Ah, da. Drüben. Ich dachte, ich könnte dagegen schießen, aber das kann ich anscheinend gar nicht. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Oh. 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 Das klappt nicht. Young man. Don't you know it's rude, to stare at a lady's beauty. Hmm. Okay. Was haben wir noch hier aus dem Ankel? Den haben wir ja schon. Ich mag wirklich Bomben. Feuer! Häng mal, ist er? Hä? Nice Schock, Goober. Okay, wir werden die anderen zusammen verbinden. Ich habe gar nicht mehr gegriffen, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas gegriffen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, ich habe nach irgendwas gegriffen, und dann sind die rausgekommen. Das ist immer schon merkwürdig. Okay, ich muss langsam den Weg da hoch finden. Hit me. Hit me, Baby. Uh, ich habe noch mal gegriffen. Heu, ich habe noch ein Mal. Ich habe noch eins. Heu, ich habe noch alles. Oh, ich habe noch alles. Ich habe noch ganz früh gegriffen. Ok, ich schmeiße wieder raus. Ok. Da. Ok, jetzt weiß ich ob ich hier rausziehen kann. Ok, jetzt weiß ich ob ich hier rausziehen kann. Baut auf ihr rein. Ok. Schauen wir mal. Ganz da hoch. Geh, Shooter. Komm schon. 7. No, you can't kick me out. This is my casino. I have a graduate. Oh, missed. So. Ok, jetzt haben wir ja schon fast wieder. Ähm. Get killed. Aber hinten können wir auch immer wieder Leben holen, sehe ich gerade. Hey, lass alle gehen. Ich habe immer noch ihr euch, richtig? Du hast es, Gene. Auf der zweiten Idee. Wo ist mein Sprecher? Was? Hör. Hey, Quade. Wie viel Leben holen, kurz mal? Aber wie lange ist es jetzt vorbei? Oh nein. Sieht so aus, wie der Patient hat geflammelt. Ich kann diesen Ticker wieder rausnehmen. Oh nein. Ist auf der Seite rüber, oder? Oh. Missed. Ah. Ich kann nicht erwarten, um diese Erfahrung später zu erinnern. Ich glaube nicht, dass diese Bomben funktionieren. Es ist besser die Dosage. Ah, ihr habt doch gerade gefreit. Oh nein. Shit. Ihr habt doch nicht mehr viel Leben. Aber ich weiß nicht, wo ich anfange. Muss ich alles am Arm machen? Wahrscheinlich. So schwierig kann letztens doch gar nicht sein. Springen wir. Ja. In der Bode, ich kann mich auf meine Seite bringen. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Unless du magst Bomben. Younger. Das ist wirklich nicht cool. Ja. Es gibt keine Schleien auf mich. Ich bin die Frau. Also werde ich brauchen das andere Ding. Äh. Ja. A bomb? Well, cheer up. Maybe you'll get a pair. Ja, jetzt. So. Nur nochmal probieren. Achso. jetzt rein und schießen ich habe mir die blöden naja heute gewinnt das hausmann ich würde sagen wieder rein los geht's jetzt anstrengender schwieriger ist oh nein Es hat einen Kuchen zu tun. Es sieht aus, es ist Zeit, um die Doppelzettung zu fallen. wieder in der bombe reingeschmissen habe ich erst danach gesetzt die glühbände der reingesamt I have a graduate degree. Boom, 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 boom und Schlitzerschuss. Why would you destroy me? Why not? Me? The answer to all your problems. All your problems. What the... Who put this here? It's all wrong. It's all wrong, tear it all down. What are you doing here? You can't see this. Agent Forsythe, hold on. I can explain. This is actually... This is all my fault. I used mental connection to... To change some things in your mind. To make some new connections. I didn't think you did. What? I... I'm sorry. That explains... Everything. I knew I wasn't this stupid. I mean, I have a degree in mathematics, you know? I thought I was really losing it. But it turns out, my only problem was you. Oh. Wait. 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 I... I can explain. I... You're right. I knew what was wrong the second I did it. I'm ashamed of myself. I violated your trust and very idea of what it means to be a Psychonaut. I guess I'm not ready for this after all. I'll... I'll pack up my stuff. You... Don't need to do that. You're right. I don't even have any stuff to pack. I'll just go. No. Listen. You're right about violating trust. What you did was wrong. Very wrong. But... Truth is... I pulled a... Similar stunt once. Really? Only the person whose brain I messed with. I couldn't put them right again. They had to call in the Psychonauts to undo what I did. That's when I met Truman Zanotto. He taught me how to apply my powers in a responsible way. The Psychonauts... We're not here to change people's minds, Raz. Not here to fix people. We're here to help people fight their own demons. The ones they already have. I'm sorry. I'll never do it again. You're not at camp anymore, Raz. People could live or die on this mission. The mission! Uh-oh. Zip it and gather round, class. Where did you... Did you not hear the first thing I said about zipping it? Stand by for instructions. Shoehorn? Dustfan? This is Teacup. Agent Forsyte, where have you... Shoehorn. I reversed the main fan. Let it push you back down the vent and then climb into the hatch labeled 375H. Then move forward and take two consecutive rights. You'll be able to drop down directly into the office from that spot. Teacup? Dustfan. Tell the guards you're a contractor from Halifax Security. You're here to inspect the card shuffling machine. Your clearance code is 99853. I have the real inspector trapped in the fourth floor bathroom. So avoid that area. Roger that, Teacup. Shoehorn, I've disabled all side detectors and inhibitors. But it's only temporary, so be quick. Check. I'm entering the office. This is Dustpan. I'm sweeping the guards out of the area. The key reader is operational. Got a room number for us, Shoehorn? Yes. It's the North Tower Penthouse 3896. But can we get up there if the side detectors come back online? I have an operative in position. You and Dustpan pull out and return to the pantry immediately. Did you catch that Intel Eggbeater? Teacup? This is Eggbeater. I'm in position and have a visual on the North Tower Penthouse. Alright. Time to make the ultimate. Roger. On the move. Your classmates are on their way to offer support. Did you not hear that last part either? Okay. Our mission is done. Good. We'll be back in the next one. Thank you for the time and I hope you'll be here. Bye. 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 Bye.